Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Everspace 2 mit Captain Reliok. Ich wollte mich nochmal herzlich bedanken für die Kommentare. Hubert hat einen tollen Kommentar hinterlassen, dass er mit der Ego-Shooter-Steuerung besonders gut klarkommt. Das kann ich ja nochmal kurz zeigen. Einstellung hier oben, Steuerung, Controller oder Schema ändern und ich benutze die Everspace-Steuerung von Everspace 1. Wenn ich hier auf Controller, Schema ändern gehe, dann kann man hier mit L1 und R1 wechseln zwischen der Everspace-Steuerung und der Ego-Shooter-Steuerung. Aber, Never Change Running System, ich will jetzt mich, ich probiere das auch nochmal aus. Ich kam da ja ganz gut klar, weil das eben anders ist auf dem linken Stick, die Steuerung. Könnt ihr euch ja nochmal hier angucken. Ja, ich habe mich jetzt so mit Everspace-1-Steuerung eingefuchst. Gut. Was ich auch herausgefunden habe, nach, ich weiß nicht, neun Stunden Spielzeit, mit Pfeil-Runter-Taste kann man die Ansicht ändern. Dichter ran, Cockpit-Perspektive, einfach Pfeil-Runter-Taste. Immer wieder drücken. Hier ist dann eben so eine, ja, 360 Grad View ist das dann gewesen und hier wieder die anderen. Auch hier steige ich mit der ein. Mit der komme ich am besten klar. Ja, gut, Schwierigkeitsgrade habe ich zwischendurch mal wieder geändert. Ich bin immer hin und her wechseln. Und, ähm, ja, ich traue mich da, wie ehrlich gesagt, noch nicht. Weil jetzt geht die Hauptstory weiter mit Stufe 9 und, äh, Mission Alte Freunde. Und da habe ich die Befürchtung, dass das jetzt da vielleicht, dass man das erstmal ein bisschen aufleveln sollte. Aber, ähm, lassen wir uns mal überraschen. Sprung nötig, Sprungantrieb. Zack. 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 Alte Freunde. Ja, unser, äh, Spoilern, wer das jetzt hier so lange verfeucht hat, dem kann ich das auch ruhig sagen. Unser, sonst nicht zuhören jetzt, die sich nicht spoilern lassen wollen. Aber ich sage es mal kurz, unser Dex ist ja gestorben. Und, ja, wie geht es jetzt weiter? Autopilot, zack. Unentdeckter Ort, es geht schon wieder los, es geht schon wieder los. Aber jetzt nicht beirren lassen. Also da, 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 da hat man richtig Lust drauf, die, die ganzen Sachen auch noch zu entdecken. Und das machen wir auch, ähm, wenn ihr wollt, das gerne zusammen. Basisgebiet. Also gut, Hive. Hoffentlich klappt es mit der neuen Wellenlänge. Na, ja. Ab nach Onion. Joa, einfach durchfliegen, wa? Ich hab keine Ahnung, öffne das Sprungtor nach Onion. Bingo. Hey Leute, ich hab Zugang und flieg jetzt durch. Okay. Pass da drüben auf dich auf. Okay, während des Dialogs kann ich interagiert werden. Na gut. Hoffentlich sind wir nicht zu früh. Stufe 9. Ah ja, ja, hier sind jetzt 7. Oh. Da fähren wir. Bis, bis, zischbitt. Krangisch, dumpf, über Raum. Hive, kommst du langsam zu dir? Weg, äh, warte, Klon. Noch ein verfluchter Klon. Äh, mir. Ich freu mich auch, dich wieder zu haben. Ich bin auf ewig verdammt. Okay, okay, ich hab's verstanden. Wie geht's deinen Subprozessen? Das Etana-Update verbraucht den größten Teil meiner Energie. Was? Oh, hey, hey, warte, warte, du das nicht. Update abbrechen. Update abgebrochen. Wieder Aufnahme der regulären Prozesse. Darf ich fragen, warum du das Update nicht willst? Die koloniale Flotte darf nicht wissen, wo ich gerade bin, Hive. Bleib am besten vom Netz getrennt. Wir sind im Union-System angekommen. Ja, das stimmt. Und das sieht so aus, als müsste ich mich um ein paar dringende Probleme kümmern. Eine Orca-Patrouille. Du wusstest, dass dieses System von den Orca überwacht wird? Bis jetzt nicht. Solange du keinen Ärger machst, sollten sie dir keine Beachtung schenken. Deshalb brauche ich dich hier, Hive. Sonst hätte ich vielleicht Abwehrmaßnahmen ergriffen. Ui, das sieht aber wieder gut aus. Das sieht doch gut aus. Okay. Mir fällt auf, dass mir dieses Schiff gänzlich unbekannt ist. Sag bloß, du bist ein Outlaw geworden. Hör zu, ich bin kein Outlaw, aber ich habe immer noch Ärger mit der Flotte. Das kannst du doch verarbeiten, oder? Es ist nicht viel anders als letztes Mal. Wir könnten zu früheren Bedingungen auf einer reinen Pilot-KI-Basis weitermachen. Mein Protokoll erlaubt das. Und was ist unser derzeitiges Ziel, wenn ich fragen darf? Prescott-Sternenbasis. Diese konzentrierte Ansammlung von Laster und Abschaum? Und du willst mir erzählen, dass du kein Outlaw bist? Laut meinen Protokollen muss ich die Selbstzerstörung einleiten. Fünf, vier, drei, zwei. Es gibt keine Selbstzerstörung. Und stinken. Ja, okay. Was soll ich jetzt machen? Habe ich wieder nicht zugehört. Oh, oh, oh. Der greift mich an. Jetzt probieren wir mal unsere Raketen aus. Das habe ich auch rausgefunden. Zack. Einfach mit Pfeil-Rechts-Taste, zack, schaltet man die anderen Raketen durch, die man eingebaut hat. Da habe ich hier meine normalen und hier meine verbesserten, die ich mit Stufe 7 bekommen habe. Und mit der linken Pfeiltaste schalte ich hier meinen Puls und dann den da. Effizienter Pulslaser habe ich. Das ist der. Und mit der Pfeiltaste nach links schalte ich dann den Distanz-Gattlinge frei. Sehr nice. Das kriegt man alles erst nach... Naja. Aber das kriegt man halt Stück für Stück raus. Der eine früher, der andere später. Okay, jetzt muss ich einfach mal selber mal gucken. Mission, was geht da ab? Dex ist nicht mehr am Leben. Getötet von einem anderen Klon. Ich begebe mich jetzt auf die Suche nach einem seiner ehemaligen Kameraden mit dem Nerm Maddox. Fliege nach Prescotts Sternbasis. System Onion. Prescotts Sternbasis. Okay, jetzt haben wir den hier gerade abgeschossen. Kriegen wir da nicht noch ein bisschen Loot? Oh, hier ist ein Container. Ah, das würde ich ja gerne noch... ...mitnehmen. Nein. Container. Öffnen. Energiezelle. Ja, kann man dann mal... Oh, guter Preis. Zack. Ah, die Grafik ist ja toll. Also super. Das lädt zum Erkunden ein hier. Das Spiel ist überhaupt echt genial. Also muss ich mal ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Aha. Kristallvorkom wieder abbauen. Ja. Onion Bridge. Okay, das sind die Drohnen. So lange wie... Äh, ups. Da ist das Fragezeichen. Da geht's weiter in der Story. Hier nach rechts. Strafe. Ja, an Hubert nochmal mein Gruß. Also ich komme mit dieser Everspace-Steuerung jetzt langsam doch klar. Ego-Shooter habe ich auch mal. Die Steuerung habe ich mal. Die Schema B habe ich auch mal ausprobiert. Und da kam ich mit linken Stick super, super genial zurecht. Aber alles andere war ja dann auch anders. Und wenn man sich jetzt erstmal drei eingeschossen hat, dass man hier schießt mit L... Mit R2. Und mit L2 gibt man Gas. Ja, dann wieder umgewöhnen ist halt schwierig. Ja, Prescott-Stern-Basis. Ja. Äh. Hält uns hier noch irgendwas? Das können wir ja alles noch immer wieder erkunden. Ich bin jetzt... Bin jetzt gespannt auf die Story, wie es weitergeht. Dann machen wir wieder einen kleinen Sprung. Und wie? Sie warnen, dass feindliche Einheiten im CITO-System an Kampfkraft gewonnen haben. Die Outlaws haben also aufgerüstet. Wird GNB nachziehen? Ja. Darauf musst du dich einstellen, wenn du das nächste Mal ins CITO-System reist. Ach du... Schande. Naja gut. Wir sind ja hier auf super easy. unterwegs. Das sollte das kein Problem sein. Aber... Gut zu wissen. Vielleicht hätte man doch noch mal ein bisschen warten sollen. Mit der... Mit der Story. Aber naja, mein Gott. Jeder spielt das so, wie er möchte. Ich habe mich vollständig an das neue Schiff angepasst und bereite mich auf dich als seinen Piloten vor. Meine Datenbanken sind, wie bereits erwähnt, nicht auf dem neuesten Stand, bis ich mich mit Eterna verbinde. Was ist mit deinem Persönlichkeitsprofil? Könntest du das ändern? Bist du mit meinen Standardeinstellungen unzufrieden? Du kannst gerne mit anderen Einstellungen experimentieren. Das könnte ich mal ausprobieren. Okay. Unbekanntes Signal. Also das ist ja... Vielleicht sollten wir mal ein bisschen abseits der vorgetretenen Pfade uns bewegen. Prescott aber nicht. Ich will wissen, wie es weitergeht. Prescott Sternenbasis. Das letzte funktionierende Kolonisationsmodul in der DMZ, das von Freelancern innerhalb des Konzessionsgebiets umfunktioniert wurde. Das ist ja riesig hier. Es ist vergleichbar mit einem mittelgroßen Einkaufszentrum auf den Heimatwelten. Es hat wohl auch einen Hauch von Richtwäßigkeit erworben. Sieht so aus, als würde sich die DMZ verändern, Heif. Ich muss diesen Maddox-Typen finden und ich muss dabei subtil vorgehen. Er müsste hier irgendwo sein und Dex in einem Nudelrestaurant erwarten. Im örtlichen Verzeichnis ist kein Maddox aufgeführt. Ich kann nur empfehlen, die örtlichen Rahmenrestaurants einzeln abzufliegen. Wenn das nötig ist, dann mal los. Einzeln abzufliegen, okay. Dann machen wir das mal. Was ist das? Schwarzmarkthändler. Nice. Gibt es denn auch sowas wie Piraten hier? Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Ah, ein Stück zurück. Ja, okay. Andocken. Ja, nice. Was hätten Sie denn gerne? Hallo, ich hätte gerne einmal Rahmen mit einer Extraportion Information. Du bist neu hier, stimmt's? Woran hast du das bloß erkannt? Nur ein Trottel würde so amateurhaft vorgehen. Du kannst keine Fragen auf Prescott stellen, ohne dass dir Fragen über dich gestellt werden. Ich versuche einen Typen namens Maddox zu finden. Nie gehört. Und ich gebe keine Kundendaten weiter. Wenn du jetzt nichts bestellst, schlage ich vor, dass du die Biege machst. Schon gut. Okay. Ich werde mal kurz gucken hier im Shop. Was geht ab? Ah. Geringe Nachfrage in diesem System. Schlechter Preis. Normale Nachfrage. Die Samen, die wir letztes Mal, 555, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, verkaufen. Komm. Zack. Die anderen behalte ich noch. Frachtmodul lieber zerlegen. Was ich mit den ganzen Waffen mache, weiß ich noch nicht. Rahmen. Geringe Nachfrage in diesem System. Fünf. Wollen wir mal ein paar davon kaufen? Einfach mal sowas testweise und dann im anderen System verkaufen. Suppe. Suppen kaufen. It's a game. Kaufen. Okay. Wie viel kann ich kaufen? Wir machen das einfach mal so testweise. Einfach mal so testweise. So, jetzt habe ich 500 Stück gekauft. Okay. Ach, die belegen ja richtig Platz. Das sind gesteckt. Aha. 50. Alles klar. Abdocken. Das wollte ich einfach mal. Das Spiel. Ja, okay. Das Spiel gibt einem sehr viele Freiheiten. Das gefällt mir sehr gut. So. Blaue Nudeln, Austernudeln. Ach ja, ich komme mit der Steuerung, ja klar. Oh Mann. So, rauf, runter. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Ja, aber das ist okay. Das ist alles okay. Ein Bandstück hoch. Und dann dort andocken. Andocken. Und dann dort andocken. Der Betrieb wird per Fernzugriff verwaltet. Ich suche nach einem Typen namens Maddox. Anfrage kann nicht verarbeitet werden. Kein Individuum mit diesem Namen gefunden. Chashu, Tongpozu, Misu. Wählen Sie Ihre Bestellung. Na, vergiss es. Okay, hier kann man auch Rahmen kaufen. Tja. Und abdocken. Wir haben jeden Tag Rahmen bei G&B gegessen. Ich hab es gehasst. Weißt du, warum es in den Außenwelten so beliebt ist, Half? Die Beliebtheit von Rahmennudeln in den Außenwelten erklärt sich durch den einfachen Transport und die Langlebigkeit der gefriergetrockneten Zutaten. Zur Zubereitung werden dann lediglich Kochkontes H2O und ein paar Garnierungen benötigt. Okay, Half. Schon kapiert. Was ist das? Also das ist ja echt genial. Ups. Andocken. Was kann man hier? Kann man Schiffe kaufen? Sie können hier nicht andocken. Der Landerbereich muss sofort geräumt werden. Ich erwarte jeden Moment eine wichtige Lieferung. Okay. Hör nicht hin. Sein sensibles Cyberhirn kapiert nicht, dass die Lieferung schon vor Tagen hätte ankommen müssen. Das System macht solche Fehler nicht. Man hat uns sogar benachrichtigt, dass sie im Lieferlimbus gelandet ist. Du hast es selbst gelesen. Da steht, die Dosen hängen an der Grenze zu Sarkov fest. Wahrscheinlich machen sie schon kleine Dosenbabys und planen ihren Dosenruhestand. Kann ich irgendwie helfen? Fracht aus einem Grady & Brunt Lagerhaus zu entwenden, ist illegal. Ist es. Aber manchmal gehen Dinge verloren? Keine Ahnung. Was meinst du? Kommt vor. Sprichst du aus Erfahrung? Von Dingen, die von Stationen verschwinden? Könnte man sagen. Wie wäre es, wenn ich dir die Kennung der Lieferung gebe? Und wenn du zufällig drüber stolperst, gibst du uns Bescheid. Bemerkenswert, wie schnell die Leute sich dir anvertrauen. Vielleicht wirke ich einfach vertrauenswürdig. Oder wie ein Auftragsdieb. Neue Mission. Okay, das ist eine Nebenmission. Finde das Warenlager bei irgendwas. Ging zu schnell. Munition auffüllen. Das sollte ich mal tun. Zack. Hangar herstellen. Das ist alles klar. Wir können auch schon Gegenstände bauen. Hier zumindest. Hier, dieses können wir bauen. Gausskanone. Aber das wollte ich noch nicht machen. Irgendeine. Ne, Inventarschiff. Kann man hier. Das ist das. Das ist das. Upgrades. Das haben wir auch noch nicht hier weiter verfolgt. Das ist auch. Ne, ich dachte, man könnte hier ein Schiff kaufen. Ne, kann man nicht. Okay, abdocken. Jetzt haben wir auch eine kleine Neemission uns geholt. Sehr gut. Ah, da sollten wir hin. Okay. Da sollen wir nachher hin. Okay, okay. So, Maddog. Andocken. Was willst du? Was willst du? Ich nehme... Ach, wem mache ich hier was vor? Ich kann nicht mal so tun, als ob ich rahmen mag. Ehrlich gesagt, ich kann das Zeug nicht ausstehen. Ich auch nicht. Warmes, fettiges Wasser mit schleimigen Spaghetti und Krümeln. Keine Ahnung, warum die Leute so verrückt danach sind. Ja, das ist mir echt ein Rätsel. Ich habe gerade mit meiner KI darüber gesprochen. Ich bin selbst eher ein Knödeltyp. Egal. Was kann ich für dich tun? Ich suche nach einem Typen namens Maddox. Oh, du suchst also nach Maddox, ja? Hm. Ich habe einen weiten Weg zurückgelegt, um ihn zu finden. Tja, da kann ich dir nicht helfen. Aber als geschätzten Kunden kann ich dich zu jemandem schicken, der es kann. Du solltest einen Mann namens Daryl aufsuchen. Er treibt sich meist im Casino herum. Ich sage ihm Bescheid, dass du kommst. Vielen Dank. Ja, man sieht sich. Okay, Shop. Gibt es hier was anderes außer Rahmen? Nö, gibt es nicht. Okay. Okidoki. Abdocken. Casino. Ah. Das ist ja genial, meine Güte. Verwaltung. Okay. Sternbasis Verwaltung. Kato Palace. Keto. Na, wie kommen wir da am besten hin? Ah, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Andocken. Hi. Ich suche nach einem Mann namens Daryl. Das bin ich. Ja, das Restaurant hat Bescheid gesagt. Du bist also der Typ, der nach Maddox sucht. Ist er hier? Sieht es danach aus? Erst mal will ich mir ein Bild von dir machen und wissen, was du vorhast. Ah, okay. Ich bin ein Freund seines ehemaligen Kollegen. Wie auch immer. Hör zu. Weißt du, wen ich vertrete? Nein. Sollte ich? Ja, solltest du. Stellst dir Fragen wie ein totaler Trottel. Du musst erst mal lernen, wie es hier läuft und an wem du dich zu wenden hast, wie jeder andere auch, klar? Ich war nicht auf Ärger aus. Na gut, dann weißt du es jetzt fürs nächste Mal. Du kennst meinen Namen, du weißt, wo du mich findest. Ja, sicher. Jetzt weiß ich es. Dieses eine Mal lass ich dich laufen. Nächstes Mal gibt's keine Ausreden mehr, verstanden? Weißt du jetzt, wo Maddox ist oder nicht? Das weiß ich tatsächlich. Aber er hält sich bedeckt und versucht Leute wie dich zu meiden. Vor wem genau versteckt er sich? Wer weiß. Vielleicht ist er ein bisschen paranoid. Vielleicht gibt's wirklich einen Grund. Aber die Gerüchteküche brodelt und er geht kein Risiko ein. Ich versichere dir, dass ich nichts Böses im Sinn hab. Ich will nur mit ihm reden. Wir kennen dich ja gar nicht. Also müssen wir sehen, ob wir dir vertrauen können. Du solltest zuerst eine kleine Aufgabe für uns erledigen. Wenn du das schaffst, können wir weiterreden. Also gut. Du musst ein Paket abholen, aber es ist etwas versteckt in einer alten Siedlung hier im System. Okay, mach ich. Aber du musst mir versprechen, dass du mir die nötigen Informationen gibst, wenn ich zurückkomme. Hey, Pfadfinder Ehrenwort. Okay. Alte Freunde. Okay, okay, okay. Story geht da weiter. Das hat ja sehr viel Spaß gemacht. Ich kann menschliches Verhalten schlecht beurteilen. Schon gar nicht das von kleinen Kriminellen. Ich sollte mir das wohl besser mal ansehen, sonst stecke ich in der Sackgasse. Wenn ich mir diese Chance entgehen lasse, setze ich für immer in der DMC fest. Deine Version scheint ein fragwürdiges Maß an Leichtgläubigkeit zu zeigen. Ach, komm schon, Hive. Manchmal muss man einfach ein bisschen Vertrauen haben. Du sagst, die DMC hat sich verändert, aber mir scheint, du hast dich noch mehr verändert. Okay, wir haben ja sehr viele Freiheiten und Möglichkeiten. Wir könnten jetzt der Hauptstory weiter folgen. Aber ich habe wieder mal einen verwiegenden Plan. Ich will meinen Rahmen verkaufen. Ich will einfach mal ausprobieren, ob das so machbar ist. Von wegen in einem System niedrige Nachfrage. Und in einem anderen System hohe Nachfrage. Und wenn man so einen Job annimmt und man kriegt 1300 Credits dafür oder 1500. Und wenn ich das mit dem Handeln dann auch hinkriege, dann wollen wir das mal ausprobieren. So, wie komme ich jetzt? Hier sind natürlich sehr viele, sehr viele Quests. Da ist die Haupt-Quest. Eieieieiei. Zurück zum Weltraum. Komme ich jetzt vielleicht gar nicht zurück. Doch, da. Onion Bridge. Da ist unsere Händlerin. Handelsstützpunkt. Wegpunkt setzen. Wegpunkt gesetzt. Okay, aber ich will das alles ausprobieren. Wenn es schon diese Freiheiten gibt, CETO Transit Sprung nötig. Geht das so? Geht das so? Einfach so da durch? Ah ja. Autopilot. Zack. Ja, jetzt fliegt er drum rum, oder was? Ja, nice. Ich stelle das Stimmprofil zu weiblich. Wenn es sein muss. Obwohl die Art der Mitteilung den Inhalt nicht verändert. Es könnte es ein wenig angenehmer machen. Versuchen wir es. Gerne. Meine Standardstimme war auch weniger offensichtlich maskulin geplant. Ja, schon verstanden. Bleiben wir für den Moment beim Standard. Wie du willst. So, dann sehen wir ja gleich. Also, das ist einfach diese Freiheit, die ich habe. Die nutze ich. Und fliege jetzt einfach zurück und verkaufe meinen Rahmen. Also die Nudeln. Mal sehen, ob das klappt. Dann hätte man ja schon EMP-Felder. Und wir können gleich sehen, ob die Kämpfe jetzt ein bisschen heftiger sind. Zito Transit. Aber das gefällt mir gut. Ähm, kleines Nähkästchen-Geplauder. Kennt ihr das von, ähm, Elite Dangerous? Oh, wenn man da einen Punkt hatte, der hinter einem Planeten war. Also das war so schwer und schlimm. Ups. Cruise deaktivieren. So, wo ist jetzt, ähm... Wo ist... Wo ist... Ach so, wir müssen erst durchs... Durchs Sprungtor, glaube ich. Ja, wir erinnern uns. Hier haben wir geguckt. Hier haben wir... Aber hier gibt's auch Händler. Aber wir wollen ja... Den... Das ausprobieren in dem anderen System. Und... Das hier ist das andere System. Nach Onion Bridge. Aktivieren. Zack. Das ist ja genial. Von einem System ins andere. Wieder mal ein verwegener Plan. Aber ich liebe Spiele, die einem Freiheiten ermöglichen. Also... Dass man das frei spielen kann. So. Cruise deaktivieren. So sind wir hier schon... Das ist das Sprungtor. Ah, da sind schon... Ah, da ist... Da ist ein Händler. So, wir speichern mal lieber. Speichern. Wurde erfolgreich gespeichert. Gut. Falls wir jetzt drauf gehen... Dass das nicht ganz so schlimm ist. Melite. Ah, okay. Okay. Oh, ich saß hier... Viel los. Bam. So, und dann sammeln wir hier auch gleich wieder auf. Zack. Präzisions... Präzisionsombra. Hört sich gut an. Bäm. Zack. Prime-Zapper. Das hört sich ja alles gut an. Bäm. Zack. Prime-Zapper. Das hört sich ja alles gut an. Oh, Credits in der Luft. Credits im All. Nicht Luft. Credits im All. Credits im All. Na, komm schon. Komm schon. Zack. 642. Das macht Spaß. Okay. Das hört sich nicht gut an. Das wird dir mehr wie tonight zu tun. Pakete. Bäm. Und gleich looten. Zeto-Signal. Codierer. Okay. Was ist das? Schnelllade-Booster. Okay. Aber das war jetzt... Ja, wir spielen auch auf super easy. Super, super easy. Da. Bekleidung. Okay. Heranziehen. Oh, zu schnell. Zu schnell dran vorbei. Zu schnell dran vorbei. So, da ist es. Schnelllade-Booster ist noch sehr weit weg. Und das ist hier um die Ecke. Bekleidung. Zack. Und was ist das? Ein Bauplan. Bauplan aufgenommen. Sehr gut. Bauplan. Baupläne sind immer gut. So. Aufklärer. Der ist ziemlich weit weg. Wir wollten doch jetzt unseren verwiegenden Plan. und das Verkaufen. Aber wo ist die Orientierung im All? Da ist es. Der Gießfähre und Sockel. Hä? War hier nicht die Andock-Station. Ups. Das war doch hier. Handelsstützpunkt. Ja. Lass dich nicht verirren. Und Andocken. So. Munition auffüllen. Das machen wir. Kaufen. so 17.000 Credits roundabout. Und jetzt gehen wir zum Shop. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir haben jetzt hier normale Nachfrage. Aber von der geringen Nachfrage zur normalen Nachfrage. Das ist doch schon mal was. 950. Dann verkaufen wir das mal. Zack. 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 Spiritusen. Ja, kann man auch verkaufen. Zack. Bekleidung. Zack. Na, was ist das denn? Signal. Codierer. Feinde hinterlassen Minen, wenn sie zerstört werden. Was ist das denn geniales? Das mache ich aber gleich. Prime. Zack. Stufe 9. Siehst du, wir sind ein bisschen zu früh da gewesen. Tja. Das zerlege ich jetzt mal. Zack. Zack. So, Shop. Flag. Schild. XC. Ja, 20.000. Also, dieser Verkauf mit den Nudeln, das war der Burner. Das war der Burner. Okay. Okay. Dann soll es erst mal wieder Gefäßen sein. Wir haben ja viel erlebt. Ein bisschen Story. Wir haben Nudeln in einem System, von einem System ins andere gebracht. was richtig was gebracht hat. Also, ja, was machen wir als nächstes? Machen wir das, folgen wir der Story weiter? Oder kaufen wir uns ein neues Schiff? Wir haben ja 20.000 Credits. Also, für 13, 14 kriegt man schon, ja, kriegt man schon ein neues Schiff. Oder verbessern wir unsere Sachen hier vielleicht erst mal ein bisschen. Aber da es vom Schwierigkeitsgrad ja nicht so schlimm ist, ist das jetzt nicht alles so tragisch, wie vielleicht sonst. Sonst muss man schon mehr drauf achten, als wir oder ich jetzt gerade in diesem Moment. Ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen mehr Herausforderung und auch ein bisschen mehr Spielspaß. Das muss man abwägen, ob man vielleicht dann, aber ich wollte das auch einfach, damit wir der Story ein bisschen besser folgen können und so. Und nicht immer, Everspace 1 hat mich sehr, sehr, tja, geschockt mit dem Rook-like-System. Aber dieses gefällt mir super gut hier mit Spielspeichern. Ach ja, apropos Spielspeichern. Zack. Ähm, zack, speichern. Wurde erfolgreich gespeichert. Alles klar. In diesem Sinne, sage ich, in Hamburg sagt man Tschüss, euer Käpt'n Riljok. Ähm, ja. Story weiter. Ähm, die Freiheiten haben wir ja. Das machen wir, glaube ich, dann nächstes Mal. Geht's dann weiter. Alles klar. In diesem Sinne, euer Käpt'n Riljok. Und dann habe ich gesagt mal Tschüss. 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 Vielen Dank.